Ich finde dieses Format, dass die Staatsregierung und die Politiker mit Bürgern ins Gespräch kommen, hervorragend. Es ist der richtige Weg, um gemeinsam in den Dialog zu kommen, um Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, gemeinsam lösen zu können. Ich fand die Bürgerbergstadt ein sehr interessantes Format, um mit verschiedenen Personen in Austausch zu kommen, zu verschiedenen Themen, die uns in der Region betreffen und würde mich freuen, wenn 2030 das kulturelle Angebot hier in der Region mindestens erhalten bleibt. Also die Gespräche in den einzelnen Runden waren sehr interessant, weil die Bürger, die da waren, von ihrer Seite ganz verschiedene Themen angeschnitten haben. Aber ein ganz zentrales Thema hier war, wie können wir im ländlichen Raum mehr Hochschulen, akademisches Personal haben, wie können wir die jungen Leute hier halten. Also insgesamt, denke ich, ist es ein ganz gutes Format, was leider ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass wirklich Vorstellungen entwickelt wurden, wobei wir im Jahr 2030 sind. Sondern es sind eher die Probleme, die heute existieren, die thematisiert wurden und nicht so sehr die Vision für das Jahr 2030. Ich bin sehr dankbar, heute hier gewesen zu sein. Ich fand es sehr, sehr spannend auch die Möglichkeit, mit den Menschen und mit den Beteiligten ins Gespräch zu kommen. Für meinen Begriff hätte es ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, aber ich denke mal, dass wir hier schon ein ganz gutes Beet vorbereitet haben für zukünftige Veranstaltungen und auf die bin ich sehr gespannt.